Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits die beiden zentralen Fragen bei Auswahlproblemen kennen und zwar ist die Reihenfolge wichtig und ist mehrfach Auswahl erlaubt. Außerdem solltest du die Anzahl der Möglichkeiten in jedem dieser vier Fälle berechnen können. Die Ziele für dieses Video sind die Anzahl der möglichen Ausgänge einer Wahl in einer Schulklasse zu berechnen. Schauen wir uns das Problem genauer an. In einer Schulklasse kandidieren sechs Schülerinnen und Schüler zur Wahl als Klassensprecher oder Klassensprecherin. Wie viele Kombinationen aus Klassensprecher bzw. Klassensprecherin und Stellvertreterinnen und Stellvertreter sind als Wahlergebnis möglich? Nimm dir kurz Zeit über das Problem nachzudenken und dann berechne die Anzahl der möglichen Kombinationen. Passiere dazwischen kurz das Video, wir sprechen dann noch über das Ergebnis. Also gut, in dieser Situation hilft vielleicht kurz eine kleine Zeichnung und zwar ich habe jetzt hier zwei Stühle, einen goldenen Stuhl für den Klassensprecher oder die Klassensprecherin und einen silbernen Stuhl für den Stellvertreter oder die Stellvertreterin. Insgesamt haben wir sechs Schülerinnen und Schüler, aus denen wir jetzt zwei Personen auswählen wollen, die auf diesen Stühlen Platz nehmen. Wenn man sich die Situation hier ansieht, stellt man schnell fest, es kommt offensichtlich auf die Reihenfolge an, denn es ist nicht egal, ob ich jetzt eine Person auf den goldenen oder auf den silbernen Stuhl setze, denn das sind zwei unterschiedliche Rollen in der Klasse. Also auf die Reihenfolge kommt es an und Mehrfachauswahl kann nicht erlaubt sein, denn ein Klassensprecher kann nicht auch noch sein eigener Stellvertreter sein. Wir haben es also mit einer Variation ohne Mehrfachauswahl zu tun und dafür hätten wir eine Formel, das wäre in dem Fall n mal n-1, also 6 mal 5 oder wir überlegen uns einfach anhand dieser Situation noch schnell, wie man auf das kommen könnte. Wir haben sechs Personen, die für den Klassensprecher oder die Klassensprecherin in Frage kommen und wenn diese Person gewählt wurde, gibt es noch fünf Personen, die für den Stellvertreter oder die Stellvertreterin in Frage kommen. Also haben wir insgesamt 6 mal 5, also 30 mögliche Kombinationen.